Falls ihr euch fragt, warum nicht mehr so viel Content über Klemmersteine kommt, also indem ich halt Sets von verschiedenen Klemmersteinhersteller vorstelle und zwar habe ich mir dazu entschlossen, verschiedene Content zu machen, das heißt Klemmersteine, dann halt auf meinen anderen Kanälen hätte Klemmersteine Survival, halt Content mit der Natur und so zu machen und dann halt auf dem Ausrüstungskanal halt meine Bushcraft Survival. Ausrüstung vorzustellen, ja. Ich hoffe, ihr seid deswegen nicht traurig oder euch gefällt nicht mehr meinen Kanal oder meine Videos. Ja, ich wollte euch einfach nur Bescheid sagen, dass halt für jetzt verschiedene Content kommt. Natürlich kommen noch Klemmersteine Videos, also es kommen natürlich noch zu Videos, aber wenn nicht so stark, weil ich mich auf meine anderen Kanäle konzentriere, weil ich doch halt noch so wenige Abonnenten habe. Weil das hier ist ja mein Hauptkanal und hier habe ich halt meine 30 Abonnenten. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ähm, ja. Ich würde halt sehr gerne, also mein Traum wäre es, dass mir auf allen drei Kanälen die Abonnentenanzahl knacken. Ähm, mein Ziel oder mein Traum ist es halt auch, die tausend Abonnenten zu knacken. Das ist halt mein Ziel und mein Traum. Und, ja. Ich wollte euch nochmal Bescheid sagen. Übrigens, ich werde einen vierten Kanal eröffnen, ähm, wo Gaming-Content kommt. Das heißt, Livestreams, wo mir ein paar Games zocken und so. Darauf könnt ihr euch auch freuen, wenn ihr euch fragt, ähm, warum ich so viele Kanäle anlege, weil ich halt Kanal habe, wo der und der Content kommt. Also hier auf meinem Hauptkanal hält die Klemmersteine Content halt überwiegend über, halt, ja, Sets von verschiedenen Herstellern Content. Und halt jetzt mein neues Video, äh, wo ich halt getestet habe, mit einem Holzbrett irgendwo halt eine Mauer runter zu kommen, ohne sich halt zu verletzen. Ähm, und, ja, halt auf meinem Survival-Kanal kommt ein Survival-Content oder Bushcraft-Content. Und dann auf meinem Ausrüstung-Kanal stelle ich halt meine Ausrüstung vor. Und auf meinem Gaming-Kanal kommt dann halt Gaming-Content. Was ich nun gesagt habe, ähm, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Robin. Ciao, ciao.